Samstag, der 25. Januar 2020. Es ist 19.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Doppeljackpot, liebe Freunde. Heute geht's rund bei uns und damit schönen guten Abend und willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen am Samstag. Miriam, es ist schwer zu übersehen, hat fleißig gesammelt. Rund 7 Millionen Euro warten im Lotto und dann nochmals 5 Millionen Euro im Spiel 77. Das schreiten wir mal zur Tat. Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt viel Glück. Tja, den Sechser mit super Zahl hatte am Mittwoch. Also wieder niemand auf dem Schein. Aber immerhin gab es zwei Spieler mit einem einfachen Sechser und dafür gibt's jeweils knapp 400.000 Euro. Die gehen einmal nach Baden-Württemberg und einmal nach Hessen. Glückwunsch und viel Spaß mit dem Gewinn. Erste Lottozahl für heute. Die 30. Schon zum siebten Mal in Folge war ja nun die oberste Gewinnklasse im Spiel 77 unbesetzt. Heute vielleicht wieder, aber bis jetzt hat sich ja einiges angesammelt. Wie gesagt, rund 5 Millionen Euro, die da heute winken, für die sieben richtigen Ziffern. Nächste Lottozahl ist die 12. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Spiel 77, die ist ja gar nicht so schlecht. Die liegt nämlich bei 1 zu 10 Millionen im Vergleich. Lotto 6 aus 49. Da liegt es bei 1 zu 140 Millionen. Also spiel 77 keine schlechte Wahl, ebenfalls Millionär zu werden. Nächste Lottozahl ist die 9. Und bei der Zusatzlotterie Super 6, da liegt die Wahrscheinlichkeit, dass alle sechs Ziffern übereinstimmen bei 1 zu einer Million. Also noch besser. Aber da gibt es auch nicht ganz so viel Geld. In der obersten Gewinnklasse winken da ja immer 100.000 Euro. Nächste Lottozahl ist die 28. Und gleich drei Spieler aus Bayern, die konnten sich über die 100.000 Euro freuen. Und auch noch einer aus der Hauptstadt, nämlich aus Berlin. Auch dorthin natürlich Glückwunsch. Und viel Spaß beim Geldausgeben. Die vorletzte, die 34. So, der erste Monat im neuen Jahr, der ist jetzt schon fast wieder vorbei. Bisher wurden schon 33 unserer 49 Lotto-Kugeln mindestens einmal gezogen. Neun Kugeln, davon sogar schon zweimal. Die heute nicht mit eingerechnet. Die 43 ist die sechste und letzte für heute. Ja, 7 Millionen Euro könnten jetzt diese sechs Kugeln wert sein. Natürlich nur dann, wenn auch die Superzahl noch passt. Und um die geht es jetzt bei uns. Und ich drücke nochmals ganz fest die Daumen Ihnen allen. Viel Glück. Insgesamt haben wir heute... Das geht gerade mit, irgendwie was wir im Ton. Also insgesamt haben wir heute, glaube ich, 25,7 Millionen in der Ausspielung. Und wie gesagt, 7 Millionen Euro im Jackpot. Und die Superzahl heute ist die 3. So, und jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen von heute in unserer Zusammenfassung an. Die Lottozahlen vom heutigen Samstag in richtiger Reihenfolge. 9, 12, 28, 30, 34, 43 und die Superzahl eben gesehen die 3. Weiter geht es jetzt mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Das wird vielleicht für den einen oder anderen nochmal spannend. Spiel 77, wie gesagt, rund 5 Millionen Euro wert. Und da gewinnt 5, 1, 0, 2, 3, 8, 5 und noch die Gewinnzahl der Lottery Super 6. Da gewinnt heute 4, 7, 9, 7, 3, 9. So, das war es schon wieder. Alle Gewinnzahlen finden Sie wie immer natürlich nochmals auf lotto.de. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Mittwoch wieder. Eine neue Chance, pünktlich um 18.25 Uhr geht es los. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Nur auf lotto.de Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Die Live-Ziehung der Lottozahlen.